Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Im heutigen Video will ich mit euch das Jahr einmal ein bisschen Revue passieren lassen und möchte mit euch besprechen, welche Scooter, welche Top 3 Scooter mir dieses Jahr am besten gefallen haben. Eigentlich wollte ich warten bis jetzt noch der Nio kommt, aber der verzögert sich andauernd, immer wieder wird man verdröstet, nächste Woche geht es los und nichts passiert. Außerdem habe ich mittlerweile schon auf einigen englischen YouTube Kanälen gesehen, dass die Leistung wohl nicht so besonders sein soll. Aber naja, wir lassen uns überraschen, wir werden das Ding testen. Aber trotzdem gab es in diesem Jahr viele, viele tolle neue Scooter, aber auch viel, naja, hätte man auch sein lassen können Scooter. Aber, ja, wir besprechen jetzt die drei Scooter, die mir am besten gefallen hat. Mit Platz 3 fangen wir an. Let's go! Platz Nummer 3. Der e-Power Fun e-PF1 Pro. Warum? Es ist der perfekte Allrounder. Wir haben ca. 600 Watt Peak, 650 Watt Peak. Im Vorderrad sitzen also eine überdurchschnittliche Kraft hier drin. Also, die meisten gängigen Scooter haben ja um die 500 Watt Peak. Hier sind wir so bei 650 Watt Peak. 440 Watt Nennleistung. Angenehmes Gewicht von noch unter 17 Kilo. Das ist noch in Ordnung, ist aber auch schon ein bisschen schwerer. Man hat hier auf die Kundschaft gehört, auf die User. Man ist von 8,5 auf 10 Zoll Reifen umgestiegen. Man hat ein bisschen mehr Reichweite, um genau zu sein, 16% mehr Reichweite, hier reingepackt. Und zwar statt 10 Amperestunden 11,6. Und man hat zum guten Schluss auch noch die tolle Leuchte, die man vom Ironhawk Legend kennt, hier verbaut. Mit 40 Lux, die richtig ordentlich hell ist und diesen Streifen an der Seite macht. Das ist richtig toll. Das ist ein super Gesamtpaket für kleine Touren, aber auch für die letzte Meile. Und hier hat sich Stefan Köhler mit seinen Leuten richtig Gedanken gemacht, was kann man am sowieso schon sehr guten EPF 1 verbessern. Hat die Anregungen der User mitgenommen und dann den EPF 1 Pro auf den Markt geworfen. Der kam sehr, sehr überraschend und ich muss sagen, mir gefällt er richtig gut. Ist ein tolles Gesamtpaket. Wie gesagt, es ist ein Outrounder. Ja, wer die Reichweite und die Kraft vielleicht überhaupt nicht braucht oder es noch ein bisschen leichter haben will, der kann auch zum EPF 1 greifen. Denn das ist immer noch ein super Scooter, der EPF 1. Bei Pro hat man nur viele Anregungen der einzelnen User genommen und hat das umgesetzt und hat daraus diesen tollen Scooter entwickelt. Also, Stefan bleibt dran, ihr macht das richtig top. Auch Support, Ersatzteilverfügbarkeit, das ist wirklich richtig gelungen und top. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Ja, kommen wir zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2. Der Slidefox P1 S. Ja, es ist kein Leichtgewicht, aber wir haben hier einen größeren Akku als wie beim 9-Bot Max G30D. Und zwar haben wir hier 15,9 statt 15,3 Amperestunden. Das ist also ein bisschen mehr. Auch basierend auf 36 Volt. Dann haben wir den brachial starken Motor mit 750 Watt Spitze, aber 29 Newtonmeter. Und die sind richtig geil. Also, wenn man hier auf den Pin drückt, da kommt auch ordentlich was. Die Kiste macht richtig Spaß. Reichweiten-Test habe ich jetzt noch nicht aufgenommen, aber ich persönlich komme so 40, 45 Kilometer, je nach Strecke. Wenn ich jetzt irgendwo fahren könnte, wo es nur geradeaus geht, bin ich mir sicher, dass ich auch die angegebenen 52 oder sogar noch mehr erreichen würde. Aber die Möglichkeiten habe ich hier bei mir nicht, von daher so roundabout 40, 45 Kilometer. Und das ist absolut in Ordnung. Des Weiteren, wir haben zwei schöne getrennte Bremsen, zweimal Drommel vorne und hinten. Dann haben wir vorne die Federgabel, die eigentlich einen sehr, sehr guten Job macht mit dem Luftreifen vorne. Also vorne ist, wenn man irgendwo einen Bohrstein runterfährt, richtig butterweich. Das ist top. Leider am Hinterrad nur den Vollgummireifen, der die sanfte Landung vorne, dann hinten blitzschnell vergessen macht, weil da ein richtig fetter Schlag kommt. Aber man ist pannensicher unterwegs, braucht sich nie Gedanken zu machen, wie kriege ich den Reifen hier hinten raus, um mal den Schlauch zu wechseln oder den Mantel zu wechseln. Das ist natürlich eine gute Sache, aber dann hätte ich mir, ich hätte mir noch ein Federelement hinten gewünscht. Aber da hat der Hersteller mir gesagt, das wäre zwar gegangen, dann wäre aber das Akkufach wesentlich kleiner gewesen, man hätte die Kapazität wesentlich geringer gewesen, wenn man hier hinten noch ein Federbein hätte reingebaut. Also möglich wäre es gewesen, aber man wollte lieber die größere Reichweite haben, was ich auch ganz okay finde, denn so oft so viele harte Bordsteinjumps macht man einfach nicht. Daher, ja, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ist natürlich kein Leichtgewicht, 22,4 Kilo, den will man nicht unbedingt in Bus und Bahn schleppen. Die Zuladung 120 Kilo, genauso wie beim EPF1, ist ordentlich, da können auch schwerere Leute mal drauf, vor allem hat er auch die Kraft, diese dann mal noch einen ordentlichen Berg hoch zu kriegen. Und das finde ich schon top, schön integriertes Licht, hat mich sehr, sehr überzeugt, aber schaut euch doch einfach, wenn ihr Bock habt oder Interesse bekommen habt, jetzt durch mein Gelaber, das Video zum Slyfox P1S an. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein mit Platz Nummer 2, der Fuchs, lange ließ er auf sich warten, ist auch Jitzen wieder nur vorzubestellen, weil die erste Lieferung sofort ausverkauft war. Und die nächste Lieferung steht im Februar an, kann aktuell vorbestellt werden, ich verlinke euch das mal unten, in der Videobeschreibung. Ja, zum guten Schluss, Platz Nummer 1, mein Mitbringsel aus der Schweiz. Ich weiß, der Test steht noch aus, trotzdem möchte ich ihn hier auf Platz 1 heben, denn ich bin jetzt schon einige Kilometer gefahren in der Schweiz und auch mal hier in Röntgen, zumindest mit der Schweizer Version, die ich mitnehmen durfte und ich muss sagen, top, macht einfach richtig Laune, das Teil. Ich schiebe euch den Test natürlich noch nach, aber es hat geschneit bei mir, dann lag tagelang der Schnee und jetzt ist es durchgehend am Regnen, das tut mir wirklich leid. Es ist aktuell einfach nicht möglich und ich möchte das schon vernünftig machen, vor allem wenn es trocken ist, alleine für die Steigfähigkeit und die Beschleunigung, da macht das schon einiges aus. Aber kommen wir zum Scooter, warum ist er Platz 1? Aktuell ist er ja noch, sind nur noch wenige verfügbar, für 799 Euro im exklusiven Vorverkauf zu bekommen, aber auch für 849 ein super Gesamtpaket. Wir sind hier bei 18 Kilo Gesamtgewicht. Wir haben 120 Kilo Zuladung, wie bei den anderen zwei auch. Wir haben vorne und hinten 10 Zoll Luft. Wir haben wunderbare schöne Griffe mit Auflagen. Wir haben ein schönes großes Display. Wir haben einen 500 Watt Nennleistungsmotor mit einer dezenten Spitzenleistung von 1300 Watt und der schiebt richtig ordentlich und macht total Laune. Ah, und hier drin sitzt nicht wie bei allen anderen beiden vorher ein 36 Volt Akku bzw. System, sondern hier sind 48 Volt drinne und das mit 13 Amperestunden bei 48 Volt. Das heißt 624 Watt Stunden und ich bin mir sicher, dass ich die angegebene Reichweite von 40 Kilometern locker übertreffen werde. Da bin ich schon sehr, sehr drauf gespannt. Dann hat mich beim Unboxing der VX2 nochmal sehr positiv überrascht bzw. die Firma, dass der Handyhalter dabei ist, habe ich euch beim ersten Eindruck ja bereits gesagt und auch gezeigt. Aber es war auch noch ein Schloss dabei. Das ist zwar nichts Großes, Hochwertiges, aber alleine die Geste. Ich mag so Giveaways, so Gadgets dabei zu haben. Das ist einfach eine super feine Sache. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ebenso war der übrigens beim VX1 auch dabei. Also das Schloss war dabei. Und ansonsten ist die Kiste für mich preis-leistungstechnisch einfach aktuell die Nummer 1. Da kann im Moment sonst kein anderer Scooter mithalten. Wir haben hier richtig viel Reichweite. Wir haben hier richtig Dampf von hinten. Das sieht alles richtig clean aus und ordentlich. Also ich werde gewiss auch noch was zu meckern finden. Ich habe auch schon was zu meckern. Eine Kleinigkeit nur. Kann ich aber auch spoilern. Das ist eine Sache, die gefällt mir beim EPF1 auch nicht so. Und zwar hier diese Gumminippel hier für die Ladebuchse. Das gefällt mir nicht so. Die hat man auch schnell mal abgerissen und dann hat man keine mehr. Ist beim EPF1 mir auch schon mal passiert. Habe ich aber eine neue bestellt und alles war wieder gut. Kriegt man hier auch kein Thema. Kann man aber besser lösen. Und ansonsten muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt noch ein bisschen fahre und teste. Beschleunigung und Steigung. Dann ob mir noch irgendwas auffällt. Aktuell kann ich sonst eigentlich nichts sagen. Leute, ich habe mir sogar einen zweiten bestellt. Ich meine, ich trenne mich jetzt von einem Ninebot. Ich und meine Freundin haben sonst Ninebot Max G30D gefahren. Wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt VX2 fahren. Mehr Dampf, mehr Reichweite. Leichter. Macht einfach tierisch Laune. Und das Argument Tuning beim Ninebot ist mir Latte. Ich fahre lieber legal. Ich habe auch schon mal eine Kasten-Firmware auf dem Ninebot drauf. Aber dann höchstens, dass ich den auf 22 habe. Das war es. Damit der nicht 19 rumdümpelt. Und der hier fährt 22. Konstant. Da kann kommen, was wollen. Also da müssen schon 15% und mehr kommen, damit der bei mir an Geschwindigkeit verliert. So viel kann ich euch schon mal spoilern. Ja, auf jeden Fall sind das die drei Scooter, die mir dieses Jahr 2021 am besten gefallen haben. Den würde ich jetzt auch schon fast mit in die Allrounder-Kiste schmeißen. Im Übrigen habe ich ihn mal auf die Waage gestellt. Der kommt sogar auf unter 18 Kilo. Oder meine Waage geht nicht richtig. Glaube ich aber nicht. Ja, Touren-Allrounder, so eine Mischung auf jeden Fall. Der Slidefox ganz klar nur ein Tourenroller und der EPF1 Pro ein Allrounder und super verarbeitet, super Qualität und Support. Das gleiche gilt für hier auch und bei Slidefox kann ich mich auch nicht beschweren. Da kriege ich auch noch den Kotflügel hinten, den Rücktritt quasi, noch neu instabiler. Dann hört auch das letzte Klappern da auf. Naja, ich will nicht mehr so viel labern. Das waren meine drei Scooter aus dem Jahr 2021, die mir persönlich am besten gefallen haben. Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht eine andere Meinung? Irgendein Scooter rein, irgendein Scooter raus? Unten ab damit in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, welche Favoriten ihr habt. Ja, alle Scooter sind unten in der Videobeschreibung verlegen. Ansonsten, wenn wir uns nicht mehr hören sollten, schöne Feiertage und guten Rutsch ins neue Jahr.